So und da sind wir da, bei Mittelehrer Mordor Schatten und das Leck gerade. Ich bin im Moment nicht in der, in der Aufgabe, ne? Da ist jemand. Ach, Gunza. Da hinten ist noch einer. Kugaluga. Der tut da hinten. Der ist weiß. Weiß ich irgendwas überlegen. Ich weiß nicht, dass der irgendwo überlegen ist. Ich weiß nicht, dass der irgendwo überlegen ist. Blutschrack an meinem Schuh. Laber nicht. Seid so schick auf. Seid so schick auf. Dann kann ich leider nicht mehr viel erfahren. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass die Läufe nicht in der Lage ist. Es kann wieder einfach das gleiche Mal machen. mehr ooo, das Herz ist voll gut wir werden es mal sehen und bitte sehen ich muss reichen wir sehen uns später noch ähm, ich habe da gerade getroffen ja, ich denke, damit habe ich schon ein paar gekillt ich kann es mal auf Entfernung gehen ja, ich habe ja noch die Waffen und Runen welche waren das denn? guck ich mal gerade Gunst der Hohen Dame stellt bei jeder abgeschlossenen Aufzehrung oder Brandmarkung 16% Gesundheit wieder her ist eigentlich cool zu den Toten stellt beim Greifabstechen 58% Fokus wieder her ok und du bist gleich abgestochen ich habe dich abgestochen du bist tot komm schon 4 4 5 2 4 4 haben wir das erledigt und dann blumen erstmal und dann fügt dann Blumen wir sind ja noch ein paar wie zum beispiel informationen die uns vielleicht sogar wirklich wichtig sein pfeifenkraut bräuchten wir und dort gehen das mal hier hin die flügelten tiere sollten wir auch mal ausfindig machen wir müssen ja irgendwo welche rumfliegen da sind ein bisschen viele die kommen mir aber so fertig nahe du hast nichts gesehen ich kriege ja keinen Schaden, das ist ja kein Problem komm schnell weg ich werde den Cargo anlocken ja komm herkumpel die südliche Straße gibt es nur dieses eine zu tun warum machen wir das doch die Diener des dunklen Herrschers waren in ganz Volumen verspollt also bestieg er seine Bestie um seine Gegner nah und fern wiederzustecken hört sich doch cool an, machen wir das halte den Cargo und den Spätruppchen oh, nur 5 Minuten habe ich ja, die werde ich wohl schon kriegen mal sehen wie viele das sind Spätruppchen dürfte eigentlich nicht weh sein ähm Spätruppchen ja da ist die Form also nicht bei alle was hier noch soll nicht gehen könnten wir sicher ein paar mehr kriegen und dann auch ja das ist schwierig aus dem Cargo hier zu treffen auch wenn ich es nicht bewege kann ich die nicht einfach so füllen kann ich die nicht einfach so füllen ne ne anscheinlich wird da nicht gezählt heißt dann aber auch wir ähm dass wir neue Munition immer brauchen ich habe gerade nur einen ich sehe hier keine mehr dann müssen wir weiter wir dürfen keine Zeit verlieren da tue ich hier gerade ziemlich weh da tue ich hier gerade ziemlich weh da muss jeder andere wirklich sitzen oh ich glaube hier kein anderer noch ober oder Ort in der Nähe ist ich glaube wir sind wieder weg und hier ist eine Festung wo ich mir mal eh die Munition ne ja oben auch nur 4 Munition dazu bekommen soll aber im Moment reichen denn brauche ich auch nur 4 abzuziehen hab ich einen äh extra für So, das ging doch. Noch drei. Wir haben es nicht genau hier durch, sondern drumrum. Wir brauchen eh nichts von euch, tschüss. Die Zeit läuft langsamer, wenn ich ziehe. Gib Gas, Karagor! Ja genau, ich treffe einfach nicht an. Gut, geschafft. Fähigkeitspunkte erhalten. Guck ich doch gleich mal nach. Wofür bin ich da? Schleichaufzehrung fände ich schon ganz gut. Ich weiß nur leider immer noch nicht, wofür mir die Aufzehrung nützt. Wahrscheinlich um die Zeitlupe wieder aufzufüllen. Ich wäre da eher für Wurfdeutsch im Moment. Und noch mehr Verbesserungen mit den Miriam. Dann mehr Leben haben wir dann auch mal. vier. Drei-lai. 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 Ok, die müssen jetzt beschreiten. Soll die anderen Linken. So, gut der Weißer. Weg. Kampfbericht. Hier stehen nicht mehr viele. Pulitzer. Jetzt machen wir uns mal schnell die anderen Sachen. Karo Borden. Sorgen für die nötige Ablenkung. Ich gucke natürlich auch, wie man jetzt reich hier nichts. Man merkt aber schon, wie ich mich verbessert habe. Plötzlich viel, viel besser. Da ist plötzlich so ein starker Typ. Ziemlich schwach. Anscheinend ist der Teil hier unten. Geht mich also wieder runter. Du hast nichts gesehen. Ich gucke mal, ob man die Festung hier auch einnehmen kann. Brennstachfestung lassen. So, ich muss das ja eigentlich auch füllen. Das war's. Schön hingerichtet. Mein Gott, Gott, hat mit dem Rekstückgang zu tun. Das will er einfach nicht. Hier. Das kann man nochmal gut sehen. Dem Beispiel. So, ich habe nicht sonderlich Bock nochmal zu sterben. deswegen renne ich den mal weg aber vermutlich renne ich den auch wieder rein ich weiß nicht wo der Teil ist ich muss erstmal wieder auf Abstand du siehst nichts was auch immer ich jetzt gemacht habe scheint hat es geholfen haben sie gesehen hier läuft doch einer runter oder einfach mal mitten in deren Reihen laufe ich hier rum die merken nichts modriger Froliant dieser Almanach ist in Leder gebunden und scheint über 100 Jahre alt zu sein bei den darin enthaltenen Schriften handelt es sich um historische Erzählungen Gedichte und Übersetzungen aus ganz Mittelerde er enthält alte Werke aus den großen Reichen Gondor, Amor und Numenor und sogar einige Lieder der weit entfernten Halblinge der sonderbarste Eintrag ist das Klagelied ein Gedicht in Versform dessen Ursprung seit vielen Jahren von den Gelehrten heftig debattiert wird eingemutmaßen dass ein Verfasser ein Ent ein Hüter der Bäume gewesen sein könnte wie schreibt der Bücher ist aber ein bisschen schwierig mit solchen Arten Bücher zu schreiben ist das Arteras Arterhidas warum finde ich nichts in diesem Almanach nun es gibt nur einen Weg sicher zu sein groß und jetzt warte ich entweder heilt das mein Fieber oder ich bin in ein paar Sekunden tot nichts davon wird passieren man muss es zerreiben damit es seine heilende Wirkung entwickelt du die ausgestoßen ich bin ich bin nie dazu gekommen euch zu danken Waldläufer von eurer Art gibt es nicht viele am schwarzen Tor die Pflicht erstickt hier meist jegliche Güte darum bin ich auch desertiert ich bin Hirgon immer dieser Hirgon der kommt viel zu oft ok als nächstes werde ich wahrscheinlich mehr Pfeile holen damit das andere alles zu teuer ist oder mehr Ruhenplätze weil ich krieg die ganze Zeit Ruhen hierfür in Deutsch schon wieder Wurmzahn ja die Arbeit dem macht er sowieso niemand ich versprach Iored dass wir eines Tages nach Anduin reisen würden wenn dir Hael erwachsen ist wir wollten zusammen dorthin und die Säulen der Könige sehen hoffentlich können Hirgons Leute entkommen ich weiß nicht wo du deine Familie wiedersehen wirst das Ende der Menschen lässt sich mit dem Blick der Elben nicht erkennen wir haben gerade Fliedinner angekommen da fliehen sie alle ich hab keine Angst vor Karador den nächsten den ich sehe werde ich zureiten du solltest Angst haben nur einer von ihnen kann dich ein Stecker leisten das stimmt allerdings man sollte immer den nötigen Respekt vor seinem Wiedner haben denn man weiß nie was die alles aus dem Wut saugen können jetzt ist plötzlich keiner mehr hier dann nutzen wir das mal aus wenn hier keiner ist dann sollte man das echt ausnutzen so da war der Teil Schleicht da jemand mehr? nein hier schleicht niemand Natandia Edwege Neni oder so so aber ich würde erstmal sagen das war es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge und seit wann ist Mutzklop Knochenlecker mein aktueller Erzfeind keine Ahnung Ciao